Hey Leute, wir sind Phil und Falco vom Org Team der OSE Challenge und wir stehen heute hier am Olversdorfer See am neu entstehenden Pump Track und wollen euch mal die neuesten News für dieses Jahr verkünden. Dieses Jahr könnt ihr den OSE Short Track einfach mal selbst erleben. Das Ganze als actiongeladenen Teamsprint. Falco, was heißt denn das Ganze? Erklären Sie es nochmal. Das bedeutet, dass ihr hier mit drei Startern, männlich, weiblich oder als Mixed Teams starten könnt. Jeder muss die komplette Distanz absolvieren. Das bedeutet also 200 Meter Schwimmen, 2,4 Kilometer Radfahren und 1 Kilometer Laufen und danach erfolgt der Wechsel zum nächsten Starter. Ihr könnt euch als komplettes Team anmelden oder einfach als Einzelstarter und bekommt dann ein Team zugelost. Falco, wo gibt es denn ein Mindestalter für den Wettkampf? 16 Jahre alt muss man für den Teamwettkampf sein. Wir planen das Ganze wirklich als Spaßwettkampf. Wir probieren das dieses Jahr erstmalig als Teamformat und man sollte auch schon einmal ein Triathlon absolviert haben. Die Anmeldung ist ab 4.4.12 Uhr offen. Wir planen maximal 30 Teams. Also gebt Gas, meldet euch an, seid dabei. Das wird eine coole Sache. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.